Regrowing Salat aus dem Supermarkt. Hallo, herzlich willkommen bei der Garten Mone. Hier schaut her, was mir gestern meine Tochter, die Kerstin, die kennt ihr ja alle, die Kamerafrau, die war gestern Abend noch einkaufen und dann hat sie wieder mal einen Salat gesehen mit Wurzelballen. Das sind drei verschiedene Salate. Hier, das seht ihr ja. Und die kann man nämlich einpflanzen und das mache ich jetzt gleich wieder. Das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht, da war es aber im Herbst und da konnte man die draußen lassen. Jetzt im Februar kann man ja sowas nicht rauspflanzen, aber ich lasse die im Wintergarten und dann kann ich im Wintergarten immer wieder abernten. Wer keinen Wintergarten hat, der könnte das eventuell im Schlafzimmer stellen, wo es kühl ist. Also da wäre es ideal, weil da heizt man ja normalerweise so nicht. Und auf jeden Fall in einem kühlen Raum und auch in der Küche auf dem Fensterbrett, wenn keine Heizung läuft. Also da kann man überall hinstellen, wo es kühl ist. Und da kann man nämlich immer wieder abernten. Ich habe zwar noch einen Salat im Garten auch, das wisst ihr ja auch, den Zuckerhutsalat. Habe ich noch ein paar draußen. Aber sie hat gesagt, dann haben wir mal einen anderen Salat auch und das stimmt eigentlich. Außerdem muss er ja immer wieder nachwachsen. Ja, und den pflanze ich jetzt ein. Ich habe das schon vorbereitet. Ich habe ihn mal über Nacht ins Wasser gestellt gehabt. Deswegen habe ich die Schüssel drunter. Und habe da jetzt so eine Schale genommen. Und habe schon vom Garten Kompost raus. Und mit Gartenerde vermischt, weil die ist jetzt gerade nicht gefroren gewesen, wo ich sie genommen habe. Und da pflanze ich jetzt den Salat ein. So, muss ich mal schauen. Der geht ziemlich tief. Brauche ich keinen Dünger, nichts rein tun, weil wie gesagt, das ist Kompost da. So. Und den pflanze ich jetzt einfacher so ein, wie er ist. Ich halte mal die Blätter, damit ihr das seht. Ich hoffe, das geht so. So, und dann gebe ich dann einfach die Erde da ringsherum. Jetzt hoffe ich, das reicht. Wenn nicht, muss ich halt noch ein bisschen eine reinholen. So. Drücke kurz ein bisschen drauf. Klar, ihr wisst ja, wie das geht, ne? Ja, ein bisschen Erde brauche ich noch, habe ich gemerkt. Aber das ist nicht so schlimm. Machen wir. So, jetzt bin ich voll. Ja. Und dann kann ich, den lasse ich jetzt, also den gieße ich an. Und lasse ihn dann ein paar Tage wachsen. Und wenn ich sehe, dass er schön kräftig wird, weil jetzt die Spitzen da sind, ein bisschen weg, dann kann ich schon die ersten Blätter von jeder Pflanze, die äußersten immer nehmen. Nicht zu viel nehmen, das wisst ihr ja noch vom anderen Video. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich zeige euch, ich habe nämlich schon so einen gehabt vor drei Wochen ungefähr, oder drei Wochen, ja, habe ich mir selber mal einen Kauf gehabt, weil da hat es gefroren gehabt draußen und ich wollte einen Salat und dann habe ich mir so einen gekauft. Und da habe ich heute das letzte abgeerntet. Das ist der Rest. Dann darf jetzt die Kerstin gleich mitnehmen. Kannst du noch irgendwas anderes drunter, du hast da für heute einen Salat zum Essen. Die isst sogar einen gemischten Salat. Wollte ich euch bloß einmal zeigen, das ist ein richtig schöner, der wächst immer wieder nach, also ich bin noch echt begeistert davon. Und vom letzten Video, da sind auch Kommentare dabei, das haben dann viele nachgemacht und die sind auch begeistert gewesen. Also, wenn es nicht klappen sollte, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, denke ich einmal, oder die Pflanze war nicht so gesund oder so, aber es ist wirklich schön, man hat immer wieder einen Salat, wenn er auch nicht für eine große Schüssel reicht, aber man kann ja dann noch Paprika, Zwiebel oder irgendwas drunter tun oder nur eine kleine Portion Salat einmal machen. Also, ich bin begeistert davon. Den lasse ich jetzt da im Wintergarten stehen, gieße den jetzt erst einmal, aber ich muss noch ein bisschen Erde drauf tun. Ja, das wollte ich euch nur zeigen. Ich habe immer frischen Salat im Winter. Brauche nicht zu viel kaufen. Der Salat ist ja teuer im Winter, ist klar. Aber sowas da, das finde ich super. Wenn euch der Tipp gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke fürs nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss. Tschüss.